Hier kommt ein Farbtipp für dein Augenmake-up, die Farbe Beere. Für dieses Augenmake-up kannst du einen Lip Liner im Bärenton verwenden. Ich kombiniere diesen Bärenton noch mit einem dunkleren Kajal und einem hellen Lidschatten. Los geht's! Kajal Auberginen 129 für einen starken Ausdruck. Lip Liner Velvet 205 am oberen Wimpernkranz auftragen. Heller Glanschlidschatten für ein strahlendes und waches Auge. Der Eyeshadow Rosenholz 307 in den Augeninnenwinkel auftragen. Mascara Black Rubber Brush 91 öffnet das Auge optisch noch mehr. Wenn du den Farbton nun in Kleidung oder Nagellack aufgreifst, wirst du ein echter Hingucker. Noch mehr Farbideen gefällig? Dann schau dir doch gleich das nächste Video an. Es lohnt sich. Viel Spaß dabei. Bis bald, deine Tina. Bis bald, deine Tina. Au revoir.